Mein Name ist Manuel Seidel, ich bin seit 16 Jahren im Versicherungsgewerbe und betreue Kunden in und um Regensburg. Mein Anspruch in der Arbeit mit dem Kunden besteht darin, Punkt 1, eine faire Beratung und ich möchte den Kunden langfristig betreuen. Ich biete den Kunden 360 Grad Beratung und begleite ihn vom ersten Konzept, von der Vorstellung, von den Produkten und Vergleiche bis zum Abschluss. Unter Beratung verstehe ich, dass ich den Kunden einfach nicht im Regen alleine stehen lasse. Meine Stärken als Berater sind eigentlich meine Ehrlichkeit und mein Service und natürlich, dass ich mir der Kunde 24 Stunden am Tag anrufen kann und ich bin immer für den Kunden da. Zögern Sie einfach nicht, einen Telefonhörer in die Hand zu nehmen oder eine E-Mail zu schreiben, ich bin gerne für Sie da.